We're gonna get in our car, we're gonna go, go, go Gonna drive to a neighborhood, kill someone we don't know Drive-by shooting Er räumte auch gleich mit ein paar anderen Legenden auf. Sympathetic sei keineswegs mit sympathisch zu übersetzen und er wäre es leid ständig von uns Krauts zu hören, er habe ein einfühlsames Gesicht. Be sensible sei keine Aufforderung zu mehr Gefühlsduselei, ganz im Gegenteil. Und wenn er mal etwas touchy sei, wolle er niemanden betatschen, sondern wenn überhaupt eher sanft gestreichelt werden, weil er sich ein bisschen dünnhäutig fühle. Was im Nachhinein meine Enttäuschung bei einem Touchy-Mob-Konzert erklärt, als mich dort keine sexuell aufgeladene Fummelorgie erwartete, sondern ein Singer-Songwriter mit Beats und Bart. Nichts, ich gehe jetzt nicht mehr an, oder? Es ist nicht mehr andet, weil er sich 1974 in Revitisch gefühlt hat, was ich in der Zwischenzeit »Deutschung bei einem Touchy-Mob-Konzert äh''«Gonolik». Das ist nicht mehr und ich möchte jetzt nicht mehr an, oder?